Musik Meine Mama muss uns bei REWE irgendwas ausfüllen und dann hat sie gewonnen. Und dann hat sie gesagt, dass wir hierher kommen können. Hallo zusammen! Die Kinder haben kurz Zeit gehabt, mich kennenzulernen. Ich finde das natürlich immer ein Riesenerlebnis. Jetzt gibt es Autogramme und Fotos für alle. Ich lasse einmal meinen Hallenschuh unterschreiben und das Weltmeisterträkot. Ein T-Shirt vom FC Bayern. Also ich durfte neben ihm sitzen und man hat mich fotografiert. Wenn ich mir so vorstelle, die werden das natürlich zu Hause dann rumerzählen oder die haben es schon rumerzählt natürlich und wollen dann wissen, wie es war, haben dann ein Erinnerungsfoto oder ein paar Autogrammkarten. Was auch immer interessant ist, ist, wenn man so eine ganze Reihe Kinder hat, unterschiedlichste Typen dabei. Der eine ist ein bisschen schüchtern, der andere nicht so schüchtern. Also das ist schon ganz witzig, wie sich die Kinder verhalten. Aber im Laufe so einer Veranstaltung, da lockern sie normalerweise alle auf. Und wir starten jetzt gleich mit dem Gewinnertraining. Auf geht's! Bis jetzt läuft es gut, da haben wir schon ein paar Talente dabei. Wichtig ist, dass wir Spaß haben. Das Training war sehr schön von Thomas. Er war auch richtig locker drauf. Der Tag war super. Das war ein tolles Erlebnis. Und wenn ich normal passiert, würde ich gerne wieder mitmachen. Los geht's! Ich bin sehr zufrieden und ich glaube, es hat jedem, der hier war, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, auch mir. Geht's! Vielen Dank.